hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play das wieder schon über eine woche her ist mir aufgefallen das hatte ich aufgenommen habe was wie die zeit wieder vergeht so was ich hier machen muss moment ihr seid falsch aufhören zu arbeiten niedermähn ja ja ist klar ratzfuss hat gesehen dass die forester hier mir die bäume immer abfällen okay warum die jetzt gefällt sind weiß ich jetzt auch nicht weil die sind außerhalb vom radius aber die hier vorne zum beispiel irgendwie machen die da keine unterscheidung jetzt hört er mal auf weg zu sterben und ihr da keine unterscheidung und holzen das einfach mit ab so deswegen zieht das jetzt mal um ach vielleicht fertig war die arbeiten ich habe gerade alles auf karte gesetzte egal hier vielleicht zuerst harvesten sollen ist ja gut vielleicht auch die arbeiter daran ja darauf lassen sollen egal so dass wir hier schon an das gibt es hier schafe und die habe ich doch beide oder schätzen wir schauen schafe sind hier und das viehzeug ist hier habe ich alles nein danke braucht nichts so auch das hing jetzt schnell so dann darf jetzt dann sollte man aufwärts arbeiten beziehungsweise ich nehme dann vielleicht mal die drei weg die sollen das jetzt noch abtragen und ich entferne das hier mal du und ersatzweise könnte ich da ein feldchen bauen oder das dürfte ja eigentlich nicht von den gefällt also von von denen mit gefällt werden habe ich fällt was war man da schönes habe ich habe ich nicht das schaut nach was sind das korn da machen wir hier haben wir hier pepper squash frosch pepper pepper egal dann kann ich gleich mal hier wieder 4 reinhauen in diese profession so irgendwie ist gerade wieder so laut ich weiß auch nicht wieso ich bin schon ziemlich runter gedreht immer die effekte runter ambiente vielleicht bisschen runter ich glaube das ist das gesamte oder machen wir so ein bisschen besser wie schaut sich beim rest aus ja hier ist fleißig was gemacht wie schatz mit friedhof aus 61 und hier 33 also hier passt noch drei rein was wirklich gesagt wie war es noch 19 rein war hier noch ein bisschen hin und die leute sterben ich glaube ich schalte es wieder aus wo hatten das war das eigentlich hier dass wir hier mit dran der old age zumindest genau das bei old age ausschalten weil das kommt ja ständig und es wird nicht besser mit der zeit hier sind ja noch warum sind ja eigentlich noch lauter holzhäußer habe ich die nicht schon alle ich dachte ich habe schon alle umgewandelt eine tolle mehr vielleicht nicht gerade dass da die zwei halten ich weiß ja nicht ob man die jetzt nach ausschmeißen soll ja vielleicht gerade die gott ja dann machen wir vielleicht die kurz nach ist ja auch noch mal so 1 komm euch auch gleich kommt aber auch gleich mal ein paar mehr vielleicht bringt es ja was ich weiß es nicht obwohl vielleicht schon weil dann wechselt die sich jetzt so ein bisschen ab wenn der eine karte dann nicht dran ist dann keine der andere hin heißt eine gott wer zu cool ich glaube das müsste doch was bringen oder liegt ja gerade falsch so wie schaut es eigentlich hier aus werde letztens ziemliche probleme mit storage sparen und gedöns ist mein food limit auf 25.000 ok hier ist schon wieder voll eisen ist ne ich habe ach ich mache doch kohl dann machen wir mal zurück auf eisen man macht da mal so meine wohnungen also meine häuser sind ja noch relativ zentral möchte ich meinen hier sind ein bisschen ausläufer hier ist ja auch so ein bisschen ausläufer aber an sich ist es meiste ich kann ich das fast das aus dem großen tag ja fast auf einen bildschirm packen wenn ich so macht dann sind nicht ganz alle häuser ja nicht ganz alle häuser passen auf den bildschirm ok weil zum beispiel ich schaue ja immer noch kronk immer noch und bei ihm sind halt sämtliche häuser so weiter strecken ich glaube auch der hat die größere karte genommen wir mal kurz hier abfliegen ich habe mich von anfang an verfolgt aber ich glaube ich glaube gefühlt ist ja die karte auch bisschen größer ich glaube er hat nicht die mittel sondern die huge card genommen hätte ich vielleicht auch nehmen sollen weil irgendwann wird mir der platz dann ausgehen das wäre nicht so schön ich könnte mal wieder ein paar häuser bauen wir haben zwar winter machen die lassen wir erstmal die die häuser hier fertig machen sie werden hier gerade häuser wieder gebaut schaut es eigentlich eigentlich aus so verhältnis mäßig essen technisch überhaupt produziert ist schon das late autumn aber gerade im moment mit dem migraten merke us das produziert muss ich jetzt mal ein bisschen auge behalten vielleicht gerade mal keine leutchen einstellen schutz sind hier aus habe ich jetzt eigentlich mein medicine gedöns gebaut physischen habe ich okay ach ja genau die scharf ist die rolle bringen die eigentlich 84 das geht ja klaus wenn wir das ziemlich hoch gesetzt okay ich hatte überhaupt mit inventar dazu aus wohl wohl 138 und der und dann 70 ja gut das passt essenstechnisch schaut relativ gut aus wie schaut euch mit den laufwegen dorthin aus gehabt noch ein bisschen optimieren zudem hier die laufen sind auch so weiter hinten die hier auch so ein bisschen extrem verteilt da muss sie vielleicht noch ein paar häuschen bauen beziehungsweise erst mal vielleicht hier noch mal eine fischer hütte für schau hier vielleicht hier vielleicht machen wir gleich eine straße aus stein hin so damit die dann da schneller hinkommen so und häuser habe ich gesagt kommt auch mal ich brauche sowieso hier das passt gerade nicht hin andere seite hier und hier und hier das übertreibe ich wahrscheinlich wieder maßlos und es geht dann gleich runter na hoffe ich nicht aber so schlimm wahrscheinlich werden wie war das limitiert 500 eigentlich könnte ich ja auch eisen mit mal auf 500 setzen noch schon wieder schrägern was machst du was gibst du mir chess sieht wie kann sie mit bienen spüren haben ja hier sehr viel hartoffeln und gott davon könnte ich mal wir die obikatorische 625 oder kann ich auch mal kartoffeln anpflanzen nahrungsvielfalt bieten macht die leutchen ja glaube glücklicher sind sie alle happy theoretisch könnte vielleicht hier nebendran noch ein feld bauen und zwar 15 passt perfekt hin aber da habe ich ja genug grad dann sollte das ja hoffentlich klappen ok das sind viele eier ok ordentlich ordentlich und schafe bringen hoch fleisch das sind eigentlich gar nicht so viele bringt trotzdem so viel fleisch wenn wir jetzt vorstelle dass man dass ich die jetzt mal umziehen ich könnte mal umziehen lassen eigentlich ein größeres gehege ich will das dann erst werden wir sind eigentlich mein holz limit auf 1000 ok mein feuerholz limit 1500 ok muss ein bisschen aufpassen stimmt ich wollte eventuell noch einen woodcutter bauen wo ist das ganze holz hin da ist noch ein bisschen was log 9 log an sich ist hier gar nicht mehr so viel da wo ist denn das alles ach das ist da drin warum ist das eigentlich da drin warum wird das dahin gebracht ne das ist eine hunting cabin da war es kürzester weg dahin zu gehen oder obwohl ich glaube das schenkt sich gar nicht mehr so viel von da zu da ich könnte demnach müsste ich eigentlich da drüben vielleicht ein woodcutter bauen äh schmarrn schmarrn und bauen wir hier einen hin man kann das holz direkt hier nehmen vielleicht baue ich sowieso später hier noch irgendwie ein woodcutter noch dazu äh ein loscher ein locker keine ahnung noch ein paar holzarbeiter wie auch immer ach jetzt sind wir ja schon soweit 1,2,3,4 könnt ihr hier voll arbeiten dann nehme ich mal die ganzen bilder hier wieder weg ach das ist ja auch schon fertig und wir haben schon late spring ah verdammt hab ich gar nicht drauf geachtet 1,2,3,4 so jetzt mal kurz schauen essenstechnisch production hm Mensch 3.000 verloren letztes jahr fast 4.000 ok wir haben ja noch gerade erstmal frühling deswegen ist das kann man da jetzt noch nicht so drauf schließen wie es ausschaut warte mir erstmal ab oh novela bis dunkel du was crushed by a rock das ist nicht so nett das ist da so leute darf ich jetzt auf jeden fall nicht noch dazu machen wie schaut es eigentlich überhaupt so overview mäßig aus home 67 families 74 close 99 educated 99 das ist doch schön schüler 9 und 16 das passt ich meine schatz tausend fisch 1700 hier tausend 188 es geht du bist erst frisch dazu gekommen ja dann dürfte hier noch ich habe doch gerade sowieso so viele leute herumlaufen und sammelt hier mal die steine ein